im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott im anfang war es bei gott alles ist durch das wort geworden und ohne das wort wurde nichts was geworden ist im anfang so lauten die ersten worte der bibel im anfang so beginnt auch das johannesevangelium welches heute an silvester gelesen wird wo schon matthäus und lukas mit ihren erzählungen von der jungfrauengeburt deutlich gemacht haben dass gott nicht erst nachträglich in das leben des menschen jesu eingegriffen hat sondern es von anfang an prägt geht johannes sogar noch einen schritt weiter wenn christus mit gott geeint ist muss er die gesamte zeit umfassen vor zeit und schöpfung ja sogar grundprinzip der schöpfung sein johannes nennt ihn den logos das wort nicht ein wort wie die vielen wörter die wir jeden tag reden sondern das wort mit dem gott himmel und erde schafft ja und wenn wir nun auf die erde zurückblicken im jahr 2020 kommt uns da nicht zu allererster gedanke in den sinn weg damit gott sei dank ist das jetzt vorbei geht es euch auch so ja also mir geht es so aber bei all dem theater mit corona lockdown verzicht auf fitnessstudios kein shopping keine kirche freundetreffen untersagt keine besuche im restaurant keine party kein kino die liste ist verdammt lang also bei all dem das jahr 2020 hatte auch gute momente bei mir persönlich waren es zum beispiel der familienzuwachs eine kleine hündin seit oktober ist malea bei uns oder ein mir und dem projekt kawi kirche verliehener sonderpreis des bist du münster ein ehrenamtspreis der hängt jetzt hier an der wand bei uns im studio und das ist schon was schönes oder der radiogottesdienst an heiligabend über 1000 abrufe haben wir bis heute erzielt oder der kurze urlaub eigentlich was ganz anderes geplant so waren es dann nur ein paar tage in prag zwischen lockdown 1 und lockdown zwei oder aber das studium der theologie welches ich ja mache was weiter voranschreitet so wie sieht es bei euch aus was soll bei euch im neuen jahr mehr werden wofür wollt ihr euch verstärkt einsetzen was habt ihr gelernt aus dem krisenjahr 2020 weniger rede mehr gedanken weniger interessen im eigenen sinne mehr gemeinsinn das sagte damals 1867 bis 1922 hat er gelebt und wurde dann von rechtsradikalen ermordet walter radenau er war deutscher unternehmer schriftsteller und reichsaußenminister wie gesagt 1867 bis 1922 hat er gelebt aber damals hatte er schon recht und das ist auch mein neujahrswunsch für 2021 nicht an sich denken auch mal an andere denken das tat auch jesus er kümmerte sich um die aussätzigen um die kranken um die armen und er würde wahrscheinlich nie auf die idee kommen wie ich das jetzt gelesen habe in baden württemberg einen impftermin zu wünschen obwohl man in rheinland-pfalz wohnt nur weil man dort schon seit einer woche geimpft werden kann und in rheinland-pfalz das impfen erst in der kommenden woche beginnt wie unverschämt ist das denn jesus würde sich vermutlich auch nicht in die schlange an der tankstelle stellen nur weil der liter benzin oder diesel ab dem ersten januar 7 cent teurer wird womöglich dann sogar noch mit laufendem motor weil es ja kalt draußen ist jesus würde auch sicherlich nicht auf die idee kommen die maske nicht so zu tragen wie man sie tragen soll denn er weiß dass es wichtig und richtig ist aus liebe zu uns sandte gott seinen sohn in der gestalt jesu geboren von einer frau und dem gesetz unterstellt allen menschen zur rettung zu dienen ja jesus hilft uns er hört uns und er rettet uns ich wünsche euch nun einen guten start ins jahr 2021 sie wünschen tagesaktuelle christliche nachrichten das tägliche evangelium oder möchten sich über unsere kommenden themen informieren dann schauen sie auf unserer webseite vorbei www.kawikirche.de übrigens sie finden uns auch auf facebook twitter und instagram www.kawikirche.de